Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag Konzept für ein Jugendzentrum für LSBTTIQ, Sternchen Jugendliche auf den Weg bringen, wurde vorab an den Rechtsausschuss überwiesen. Die Präsidentin hat es eben ja auch erwähnt. Richtigerweise wurde bei der gestrigen Debatte, der Rechtsausschuss hat gestern getagt, darauf hingewiesen, dass Sie aus den Koalitionsreihen wohl zu lange gewartet haben mit dem Formulieren dieses Antrages, wenn es für Sie so wichtig war, dass dieser Antrag am 17.05. diskutiert wird. Wobei, so stelle ich jedenfalls fest, Sie beim Formulieren nicht so richtig viel Kreativität haben walten lassen, denn auch dieser Antrag, ich erinnere daran, dass auch ein Antrag zum Jugendfördergesetz, den wir im April hier im Plenum diskutiert hatten, im Prinzip nichts anderes ist, wie eine Wiedergabe von Teilen des Koalitionsvertrages. Nun ist es ja ganz interessant, wenn die Koalition einen Koalitionsvertrag schließt und dann hinterher den Senat regelmäßig auffordert, anhand von Anträgen hier im Haus, sich an den Koalitionsvertrag zu halten und diesen umzusetzen. Aber, wie gesagt, nicht so furchtbar kreativ, wie ich finde. Wir als CDU-Fraktion freuen uns jedenfalls, dass die Fehler aus der rot-roten Regierungszeit von 2001 bis 2011 offenbar der Vergangenheit angehören, denn ich erinnere daran, dass damals in dieser Zeit in Berlin 160 Jugendfreizeiteinrichtungen geschlossen worden sind. Das geht so nicht. Wir hoffen, dass das vorbei ist und wir hoffen, dass auch dieser Antrag dazu führt, dass wir am Ende dieser Wahlperiode mehr und nicht weniger Jugendfreizeiteinrichtungen in Berlin haben werden. Inhaltlich sind wir nicht ganz sicher. Wir fanden, dass dort gestern im Rechtsausschuss zum Teil sehr, sehr gute Argumente vom Kollegen Lute genannt worden sind, ob der vorgeschlagene Weg, ein Jugendzentrum auf den Weg zu bringen für eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen der richtige ist. Wir meinen, und da schließen wir uns Ihrer Intention an, dass es in Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen Treffpunkte für Jugendliche aus der Gruppe der von Ihnen als LSB-TTIQ-Sternchen-Jugendliche bezeichneten Gruppe geben muss. Sie müssen aber auch normaler Teil der Besucher von Jugendfreizeiteinrichtungen in den Bezirken bleiben, weil wir nicht wollen, dass Sie aus den Jugendfreizeiteinrichtungen verschwinden und sich zurückziehen. Richtig? Ja. Deshalb sind wir etwas skeptisch, ob der von Ihnen vorgeschlagene Weg der Königsweg sein kann. Er ist einer, der zum Erfolg führen kann. Jedenfalls bietet er, wie mein Vorredner auch gesagt hat und völlig zu Recht herausgestellt hat, einen Schutzraum. Das ist positiv, aber was wir eben nicht wollen, ist, dass das sozusagen dazu führt, dass woanders dann niemand mehr auftaucht. Dann haben wir ja heute noch einen Änderungsantrag, der diskutiert wird. Und da möchte ich schon mal sagen, dass ich finde, dass das sehr gut ist, wie schnell die FDP-Fraktion hier einen Änderungsantrag auf den Weg gebracht hat und dass wir jedenfalls heute schon sagen können, auch ohne unsere internen Gremien zu befassen, dass der Punkt 5, zumindest der Punkt 5 in die richtige Richtung geht. Ich freue mich auf die weitere Beratung im Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.